Ein herzliches Grüß Gott bei meiner Reise mit dem Starkreiner Akkordeon. Das erste Stück, das ich jetzt fertiggestellt habe, das ist der Auftanz. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, das war nun der Auftanz. Leider mit ein paar kleinen Fehlern drin, aber ich stehe ja erst am Anfang. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Euer Thomas. Servus.